Im Bus ist noch einer, im Bus ist noch einer, es sind zwei, dann, Bus, ja in dem Bus, Hände hoch, Überfall, Hände hoch, Überfall, sofort die Hände hoch, Keule, im Zell, nimm die Hände hoch. Sofort, 3, 2, 1, Vergewisser dich, dass er dich hört, Nimm die Hände hoch, F2, Alter, Leute, kommt mal hier zu den Zelten bitte schnell, Wir sind schon dran, Ich verbinde den, ja, Dreh dich nicht, andersrum, Dreh dich, wer ist hier noch dran? Ja, ja, ich bin hier, ich bin hier. Ähm, Henry, du hast gemeint, im Bus ist noch einer drin. Ja, hier im Bus muss, glaube ich, noch einer sein. Bus, Tepetino heißt er. Wenn du vom Konvo weiter Richtung Süden läufst. Ach, der Bus. Boah, der macht sich erst Gastronomie, auf jeden Fall. Du meinst aber nicht den Bus an der Tankestelle. Nein, weiter Richtung Süden, die Straße weiter. Richtung Mapende, die K-Ding. Oh! Der ist am Zelt, am Zelt, am Zelt, ich bin da im Kontext. Äh, Zelt, zweites Zelt. Das ist das Ende. Du bleibst schön da, Keule, klar. Zu so. Flo? Einer von mir liegt denn da am Auto. Jaja. Flo, siehst du den? Nee. Du liegst am Zelt, oder was? Nee, ich lieg am Auto an der Straße. Wer schießt? Ich hab geschossen. Was macht der Typ? Den nicht. Wer hat jetzt gerade geschossen, Schall gedämpft? Ich, also nicht Schall gedämpft. Wo ist er? Fuck, ich hab nur die Beine gebrochen. Ich bin an keinem Chess. Wo ist er? Südlichster. Der rennt südlichster. Ich bin tot. Hab einen. Ich bin bei dir, Sam. Okay, da liegt irgendwo einer, der ist am Bluten von uns. Verbindet ihn. Jajajaja, bitte. Ich blute gerade selber. Macht das einer von euch. Wo ist Ente? Sind die jetzt alle tot? Südlichster. Ja, Ente liegt hier, okay. Ich hab nur zwei gesehen. Verbindet Ente. Ich verbind Ente. Oder machst du? Ja, ich mach's. Ich mach. Saved du irgendwie ab oder so. Keine Ahnung. Ja, aber. Oh, Scheiße. Jungs, weg, 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 raus. Hier, raus. Hier, vier Spieler oben. Gut. Okay, dann machen wir dich klar. Komm, 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 komm. Ein Webor da was. Hey, Leute. Klavierhaus, Klavierhaus. Kammer. Ich war gerade am Grundtrinken. Hier zielen, die zielen hier hin. Leute, ich leide ein, ja? Warte, warte, warte. Warte, bis wir da sind. Ihr lauft doch hier draussen drumherum, oder nicht? Ach so, dann mach's, dann mach's. Vier Stück sind da, drei oder vier. Ready? Wer hat die Türf gemacht? Ich, ich bin da. Leute? Ja, los. Hände hoch, das ist ein Überfall, ja? Ergibt euch. Sofort. Alle. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ergibt dich. Sofort. Ja, dann muss draußen. Keine Bewegung mehr. Wenn du jetzt nicht die Hände hochnimmst, bist du tot, okay? Können alle rauskommen, oder? Okay, die hinten im Raum ergeben sich nicht. Gelbe Armbänen. Jo, wo gibst du Deckung draussen? Ich bin im beigen Haus, gegenüber vom Piano direkt. Komm mal her hier, du mit den Armen oben. Komm runter. Warte, wo du mich haben willst. Weiß nicht, ich sperr die Türen zu, Sepp. Yep, komm runter. Und da komm mal rein? Ja, du kommst runter. Komm, 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 komm. Oben aufpassen. Ich höre Steps am Ende. Nicht auf dem Dschung sein. Wir haben Rauchdruck gemacht. Okay, ich gehe ins Hexenhaus gegenüber. Alter, trägst du mich hier wieder. Wer ist es denn? Ja, mach mal was, der soll mich nicht angucken auf jeden Fall. Geh mal zum Klavierkeule. Du bist außen, du musst außen aufpassen. Ähm, Jungs, nur eine Frage. Die da oben haben sich nicht ergeben. Nein. Der soll sein Kopf nicht drehen, Flo. Du bewegst dich jetzt nicht. Ja, und dreh deinen Kopf nicht, sonst das schießt. Ich versuche, eine Pose zu der Gugel hinbeinzuschießen. Bewegt deinen Kopf nicht, sonst das schießt. Oh. Oh, Schuss. Ich will nicht. Da kommt der Kopf, komm. Oh, Vorsicht. Oh, der kommt, der kommt. Kommt, Vorsicht, Flo. Soll ich mit reinkommen, euch helfen? Passt du auf die Treppe auf? Ja, ich versuche. Der sieht dich zuerst, ne, mit Third Person. Warte, ich laufe mir hinten. Ich laufe mir hinten die Ecke, ne? Oh, die Zombies-Truppe verliebt, ne? Oh, ich bin getroffen! Kann ich mich verbinden? Ja, passt. Soll ich reinkommen? Okay, einer ist nach oben im Raum, die Saugels-Truppe, wo man den Kuhn-Ding ist da drin. Kann man da durchschießen? Ich versuche, ich ein Zuhol in dir. Die Zombies hier noch kalt, hier sind ganz viele außen dran. Ich mach den eben nackig hier, ne? Der, äh, okay. Ich muss... Ich hab nicht mal viel Schuss in der SGS. Ich muss mal nachladen. Warte, 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 warte. Warte, warte. Wer hat Granaten? Ja, Leute, ich hab nie... Loki, komm mal ran hier. Komm mal her. Ich muss nur nachladen. Flo? Geh weg da. Willst du? Toilet Oh pass auf Hast du ihn getroffen? Hast du ihn getroffen? Oh, pass auf! Oh Toilet Vorsicht, wer ist das hier draußen? Ich Er ist auf der Treppe schon, der ist ziemlich offens Musst du auch planen Musst du euch reinkommen? Musst du euch reinkommen? Du kommst links raus Und dein Maid hat dich angeschossen Ja ey, ich kann nicht, dass mein Fuß ist, Bro Ja dann muss er dich jetzt verbinden Ich mach das Ne, dann bleibst du jetzt genau da stehen Soll er runter kommen Ergib dich Keule, sonst geht dein Kollege hier kaputt, ne? Ist dir schon klar? Ich schieß mal Worauf schießt du? Hinten, der ist geblieben, aber ACHTER, ACHTER Wo? Hallo? Hab einen Ne Wo? Er ist rausge... Ich brinnt Fuß, Alter Riesen vor den Hab einen, Hab einen tot Einer ist nach unten, einer ist nach unten, okay? Nice Hab einen, Hab einen Ich bin jetzt drin Vorsicht, da ist noch was Vorsicht, da ist noch was Bist du unten drin, ne? Aqua, rede Ja, ja, zwei sind hier unten tot Ich füge noch rein Ich füge noch rein Ich füge jetzt oben rein Ich schieße jetzt mal durch die Tür Der ist dann kannst du das hier noch Habt ihr grad geschossen? Ich hab den hier gefinisht Habt ihr den oberen Raum sauber? Ne, ne, ne Wer schießt dir die ganze Zeit noch durch die Tür? Das ist der, ja Das sitzt da oben, glaub ich Warte mal Flo, bist du oben? Ich bin draußen Flo ist unterhalb des grünen Balkons vom Pianohaus Genau Ey, ich kann auch... Pass auf Aqua, Alter Ich kann oben reingucken, jetzt fällts der See da weg Ah, ne, er liegt so, dass ich ihn... Wo ist er? Links oder was? Ne, er liegt direkt Ist er rechts oder links? Er steht direkt im Eingang der Tür, er winkt mir Warte, ich seh ihn, er gibt sich Er hat die Hände hochgenommen Easy Gute Entscheidung Und ich verbinde jetzt erstmal Luki Hey, hey Danke Keine Faxen No Problem Nimm die Hände hoch, ey Aber wie es für deinen Kollegen da oben ausgeht, das sehen wir nochmal Und wir bleiben, wir bleiben auch da Muss kurz die Aufnahmen speichern Ist noch einer oben, Leute? Nein, nein, nein Alles gut Also, habt jetzt alles den Prognügen ergeben Also, habt jetzt alles den Prognügen ergeben Zwei haben wir geschossen Also, ich hab einen, Aqua hat einen Warum habt ihr euch denn nicht ergeben? Warum habt ihr euch denn nicht ergeben? Stepp, ich komm zuhause Ich hab mehr ergeben Ja, aber nicht gleich Warum direkt ergeben? Warum direkt ergeben? Das ist doch zu langweilig Stepp, Aqua, ich komm zu euch rein und zuhause Warum hast du dich jetzt dann ergeben? Weil es uns verbluttet wär Ja Ja Wir haben sogar so viel ergeben, damit wir verbinden können, ne? Ja, ja Ja Für den Kamm, für den 3 Minuten Spaß gemacht Spaß gemacht Wir lassen euch zum Rest liegen, ja Dank Einen schönen Tag Einen schönen Tag Einen schönen Tag Tschüss Ciao Tschüss Schuss in der Vivo Minibase Jo Ok, ich komm Jungs, Vorsicht, aber jetzt haben sie 10 Minuten Zeit bis 51